Hallo! Danke! Bitte! Jo Leute und damit willkommen zurück zu Fortnite mit dem Flash! Mit Zettos! Hallo! Hey! Na? Diesmal ist das eine ganz normale Folge, keine Worldplay-Folge. Und ja. Das ist eine Farmung so ein bisschen. Nehmen wir mal meine Flagge mit wieder. Ich mach mir jetzt einfach ein bisschen Rüstung. Also wir brauchen mal ein bisschen Schabaumwolle. Ich geh mal ein bisschen Dreck drauf. Schabaumwolle. Ja. Aber ich wollte... Ich glaub... Ich hab das auch so schon mal ein bisschen gezockt gehabt gestern. Also... Das ist ein bisschen länger her dann. Und ich würd sagen... Wir nehmen dann Welt 3. Was wird da dann? Da wo ich gesagt hab Welt 3 ist ganz gut, ne? Da unsere Haupt... Da ansiedeln werden. Ja. Obwohl eigentlich kann man hier trotzdem bleiben. Ja gut, du hast Welt 3... Hast du dann natürlich besser, weil da viel mehr Pflanzen wachsen können, ne? Ich hab das mal ge... Sowieso. Ja. Legst du eigentlich nur später fest, wo du deine... Deine Heimatinsel hast im Defekt. Ja, deswegen mach ich ja. Das hier halt war als Hauptinsel. Und ja... Also... Das sollte... Reichen nicht. Für Klamotten. Du hast schon... Ich muss alles hier im Umkreis mal sammeln. Okay. Äh... So... Vielleicht reicht das auch nicht. Weißt das denn nicht? Ich weiß auf jeden Fall, dass es noch nicht reicht. Ne. Das reicht auf jeden Fall noch nicht komplett. Aber den herstellen... Aua. Das waren die bösen Maden. Und Benni war grad wieder da und jetzt hör sich der verpiesig. 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 Achso, das kann ich mir auch noch herstellen. Das ist gut. Aber ich kann mir keine Hose herstellen. Oha. Muss ein bisschen noch sammeln. Jetzt setzt sich die Hose wieder. Toll, ich kann nicht unter Wasser. Ernsthaft nicht, ja. Sismahost.de Ich glaube, das wäre egal gewesen, weil es mit Discord zusammenhängt. Wegen dem... Wegen dem Porten meinst du, ne? Also... Zack. Zack. Und die... Den Helm hab ich ausgestellt bei mir. Und mit Helm. Bäh. Gott. Helm sieht ein bisschen netzend aus. Sieht doch scheiße. Ah, Level Up! Ja. Farms aber ganz schön viel gehabt. Ah, ich hab grad die Seemaden... Also die Seemaden platt gemacht. Ah, ist ja. Die Seemaden. Mhm. Wir haben übrigens in der Welt einen schönen Fluss, finde ich. Oder einen See. Plopp. In der anderen Welt, wo wir vorher schon mal angefangen hatten, wie ich am Ende erzählt hatte, wo die Aufnahme... Wunderbar verlaufen ist. War halt... Kein Wasser. Finde ich ein bisschen blöd. Hä? Tschüss. Nein, lass mich. Sterb! Ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Sterb! Geht mal sterb! Also wenn wir sterben, passiert nicht viel. Wir verliehen einfach nur relativ Geld. Ja. Im Endeffekt. Also mehr ist das überhaupt nicht. Es geht. Wir haben ja noch Skill-Punkte, die wir verteilen können. Der war grad am besten. Nom nom. Ja, mach den mal. Und... Ich müsste auf Geschicklichkeit gehen. Erhöht den Distanz-Treffern. Was gibt's noch für mich? Konzentration, Lebenspunkte... Aber ich halte gar nicht wirklich viel aus grad. Ich mach das so... Um verteilen meinen Skill-Punkt erst mal auf 25% mehr Schaden. Mhm. Ein bisschen mehr Essen brauchen wir halt. Was schade ist, dass man hier halt die Pilze und so noch nicht zum Kochen nutzen kann. Ja, dafür kann man wie gesagt die Zaubertränke nutzen. Ja, Zaubertränke. Schön und gut. Aber halt Essens-Rezepte, dass du vielleicht ein paar Buffs kriegst und so. Ja. Dafür. Das würde auch noch fehlen. Ja gut, die Buffs hast du ja relativ schnell durch die Sachen. Durch deine Skill-Punkte kannst du ja schnell gebufft werden. Ja, aber ich meint... Dass du halt... Schneller Weg in der Regel hast. Ja, hast du ja bei deinem Skill-Punkt sogar auch. Ja, ich weiß doch, wie ich das da hab. Aber wenn nicht halt dann mehr auf Schaden geht, dass es vielleicht sowas gibt. Ähm... Ich glaube, jetzt können wir noch keine Rezepte gucken. Aber es gibt ja zum Beispiel... Es gibt ja zum Beispiel schon... Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit für 10 Sekunden um 40% gibt es ja zum Beispiel schon mal. Ja, aber als Tränke wahrscheinlich. Ähm... Ja genau, als Tränke. Ja. Weil auf Fußball ist dann halt wirklich nicht schlecht. Ne. Ich wollte mal Ebene... War denn da? Zweite Workbench bauen. Warte, ich mach schon. Hab schon. Hab schon. Okay. Dann hat jeder nämlich seine eigene... Weil du leider nicht drauf zugreifen kannst, wenn das jemand anders gemacht. Dann hab ich nämlich schon mal den Ofen gemacht. Einen. Zack. Den Ofen brauchen wir auf jeden Fall noch nicht ausstellen, weil es sich noch nicht lohnt. Hier. Ne. Den hab ich aber auf jeden Fall schon gebaut. Hm. Kann den... Den kann ich halt erst erst erstellen, wenn ich 10 Koffer erst hab. Und das kriegen wir halt in der Bundesrepublik. Genau. Tue brauchen wir auch Koffer jetzt für... Eins. Schutzfall. Kann man halt auch bauen. Zack. Okay. Platzier einen magischen Schutzfall. Ja. Aktiviere ihn mit Portalstein der richtigen Farbe. Der aktivierte Schutzfall hindert Gegner daran, in die umliegenden Gegenden neu zu erscheinen. Zu spawnen. Cool. Das ist ja geil. Das verspart dir auch Menge Ärger. Ja. Aber das ist echt geil. So. So. Was brauch ich denn noch? Oh. Hier kann noch ein paar. So. Baumwolle hab ich auf jeden Fall fertig. Ich brauch für meine Waldstation brauch ich ein bisschen Baumwolle noch. Übrigens was ihr auch in der letzten Folge nicht gemerkt habt, weil wir das halt dementsprechend zusammengeschnitten haben. Das TS voll abkackt. Das sind Disconnect. Deswegen nehmen wir den Discord-Server. Für die Leute, die halt Fortnite spielen wollen. Und auch Probleme haben mit mehreren Leuten spielen. Das sind von TS. Ja. Dann gibt's noch ein bisschen. Nutzt doch auch über Discord. Das läuft um einiges besser. Du hast halt trotzdem hohen Ping-Fallup. Was momentan noch ein bisschen blöd ist. Aber! Du fliegst halt nicht runter. Und das stört nicht das Extrem dann. Und du connectest halt schneller wieder. Jo. Irgendwie das über TS. Genau. nicht immer ab und zu auch vogel wieder weg das geil ist dass du halt erst eine achse mit einem ambus bauen kannst kannst du mit der zweiten werkbank bauen mit der zweiten werkbank kannst du dich schon bauen ja kannst du eine kupferachs bauen ja aber dafür brauchst du halt die kupferbahn das meine ich ja ich meine halt dass du die nicht auf stein bauen kannst wäre ja auch was was wir natürlich relativ schnell kriegen sind blaue fragmente weil wir durchs abbauen auch blaue fragmente kriegen ja tonnenweise aber gut du kannst aber nicht alles abbauen ja ich nehme gerade alles auseinander und denke ein schön an die schleifsteine wenn du unterwegs bist dass du deine waffen reparierst ich brauche ja nur steine abbauen dann kriege ich ja wieder welche gegnern 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 auf tausend meter glaub glaub flash ist da und tschüss ich brauche unbedingt ein level ab dass ich stärker bauen kann oh da trenne ich ja immer viel boah ey wie will ich halt die bildern bringen ne ich hab auf jeden fall schon vier herzen hab ich auch ja da kriegst du glaub ich pro pro skill level wenn du diesen neuen talente machen kannst kannst du da glaub ich was neues machen talente oder skills oder fähigkeiten talente nicht ich nicht ich nicht ich nicht ich nicht ich nicht ich häng den bursch fest ich häng den bursch fest zack jo danke man muss halt näher dran sein dass man erfahrungen zusammenkriegt ja merke ich gerade was bist jetzt für ein level 2 erst ach jetzt bist du jetzt 2 ok ja ja das heißt wir müssen auf jeden fall näher zusammen sein ja gut hier ist das noch generell egal später glaub ich auch in die mine und so gehen wir in wallpale rein ne ja das sehen wir uns dafür auch für was oder gehst du da grad schon rein bin schon unten gedacht für die neuen welten immer hä gedacht für die neuen welten jetzt wenn wir jetzt in die neuen welt starten da ist es ja hierzu hier für die erste welt glaub ich eher weniger äh äh too late wie soll ich für roadway bleiben geh in den wallpale für die neue vol- also in die neue welt rein da sind einige du bist so doof ey doof ist mein zweiter vorname das hab ich doch in der anderen in der letzten vorwie doch existiert hab ich schon vergessen ja war mir klar wie vergessen wenn ich wenn man die audioschwo nicht aufnimmt ja das ist was anderes nein das hat mir mein arm nicht mehr versüßt tja echt wie viel holz hab ich mittlerweile ich hab das eben nur gesehen weil du mit einmal die maus bei dir hattest ja ach die hab ich gar nicht bei mir die piept die verfolgt mich nur wer ja ja ne weil das ist eigentlich eher für montale gedacht so was ja in der neuen welt haben wir genug davon du hast mir mein engineer gibts denn hier der hummelanzug gibts jetzt schon trotzdem ist das blöd ach blöd blöd ist alles wenn man mal macht wir haben halt auch wie gesagt nur farm und sowas ist wie farm oh nein ist das nicht zack haben wir noch irgendwo erdblöcke da ne alt bin ich nicht ich bin in einem knackigen alter ähm wo kann ich die 1 nicht benutzen centus ja ok was denn weißt ja nicht hallo hallo irgendwie kann ich grad nix machen steuerung was hat das spiel verlassen warum aaah online system fehler bin nun vom server getrennt ok das ist natürlich äh sehr spannend glaubst du nicht jetzt geht er hier erstmal runter der foole dann zeige ich es euch halt nochmal ja ist aber nett dass ich das spiel ver... ist natürlich nett dass ich das ding verlassen habe tja passiert ne äh passiert jetzt sehen die kurz schwarz portal lights ja portal lights ja ist ja direkt wieder drin ja ist ja direkt wieder drin ein bisschen das ist das das ist das eine beliebige taste habe ich ne ne beitreten ich will natürlich bei dir beitreten So was passiert dabei wenn man das macht Nein Doch Was man nämlich nicht machen soll Lalalalalalalalalalalalalalalala Freue ich mich Ich bin schon da Nö noch nicht Aber jetzt So was Es gibt teilweise welche die nur bis Bestimmt was sind Oh Okay Irgendwann wieder Kannst du gar nicht So was kannst du gar nicht Ja Ja War 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 Ja Schöne Ein bisschen Schnitzeln Schnitzeln Zack Mehr erfahrungspunkte Jetzt Was Kannst du öfters passieren Effektiv Ja Schöne 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 Schöne